Du wolltest ja schon immer mal wissen, wie schwer du bist, oder? Wollen wir rausgehen, wie schwer wir beide sind und dann schätze mal, wie viel auf jeden kommt. Mit dieser fetten Jacke. Also, 0 Kilo. 183. Also, ich habe davon maximal 70. Und ich 80 Stunden. Und 3 Kilo Gepäck. Genau, das passt. Und wir kommen auf die Summe. Gut, dass wir das jetzt wissen. Hier geht es übrigens los. Aber die Bahn ist gerade gesperrt und deswegen können wir eigentlich auch wieder gehen.